Hitradio FFH, neulich bei den Vögeln. Verehrte Fluggäste, auf Astacht erhält Einflug der verspätete Schwalbenschwarm aus Marokko zum Weiterflug nach Berlin. Na Herr Kiebitz, auch aus dem Winterurlaub zurück? Ja, gerade gelandet. Afrika, sechs Monate Baum and Breakfast. Mit Rai-Air? Nein, wir haben dieses Jahr mal die Kranichfluggesellschaft ausprobiert. Wir sind hochzufrieden. Wir haben dieses Jahr die Bahn genommen. Ach was, dann sind sie ja ein Zugvogel.